Okay, PC-Neustart, bis gleich. Was ist denn hier los? Raus, rein, raus, rein. Oh. Ganz länger, hab hier Blood Party. Ja, ja, ich komm schon. Ja, bis ich da rumschnitzel mit meinem Katana, weißt du? Ja. Hab noch nix größes. Jawoll. Boah, jetzt ist wieder, ja, Robo Party. Kommen wir auch wieder schnell. Oh Gott, euch ja, Husk Party. Ja, und Robo, die Robo hat Wink bei. Kommt bei euch, alles. Ah, gut zack. 60. Mauer. Ja. Ich hab mich grad gegratzt, du Arschloch. Das ist die ganze Zeit nichts los und kommt ein Eder, wenn ich grad nicht da zum Arsch bin. Du musst nütten 4, Alter. Boah, die gegen die Husk, wirklich, ich spänke sie gleich. Gegen die Husk kann ich so nix machen. Ich hab die Waffe dabei. Ja, ja. Ich bin unten. Geht's oben wieder? Komm mal hoch, oder? Ja, ich hab alles aufgerannt. Ja, dann. Hinten ist schon. Nice shot. Was für die Seite klaut, dann mach ich auf die andere. Ja, verreckt doch, du scheiß Blechwübster, ey. Ready to fight, okay? Da handelt ja immer eine rum. Wie gibt's denn? Oh Gott. Da handelt ja immer eine rum. Hier liegt noch Emmo. Meist den Flammenwerfer hier. No. Oh, Klaut. Get some proper gear. You own the money. Now spend it. Does Google still exist? My Bioment. Voll. Hard to be grateful for that. What are we all doing for Emmo? Wimps ist auch ein Star. Lol. Lol. Ja. Da gibt es die. Ah. Ähm, ganz links, ne? Habe es ausgleichsweise vergessen, oder was? Nein, das hat das Vereine so Munition economy-mäßig holen können. Super, wenn du willst, kann ich die Länge halten, oder soll ich dir helfen? Ey, mach die schon, ich seh halt nur die Dicken da, weißt du? Ja, dann mach ich dir die Dicken weg. Dann passt das schon. Drei Haske kann ich nicht so rein als Berserker, vor allem wenn ich keine Granaten hab. Komm schon einer von links. Soll ich die Tür zu schweißen? Ach, wir haben nicht. Ja, und die Tür oben ist zu, ne? Links Husk, links kommt einer. Gut. Perfektion! Let's the area get breached. nicht ein Hitschern, du dämon! Ich schaue! Wir haben einen Quadrant hier. Mehrere. Ja, ich bin drüben. Einer down. Einer down. Jawohl. Ja. Ich bin schon ein Loch, ja. Ja. Das ist grad absolut langweilig. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ich habe einen Rage und einen Flashdown und 5 Gehters. Immer ein V3. Oh ja. Der ist nur ausgespielt, der ist noch nicht down. Hallo. Hallo Manny, was geht's? Ja, ist down. Was ist das so? Ja. Greg. Dann bist du so sozial. Ja, denn es ist Greg, mach ich. Ja. Da fliegt alles durch die Gegend hier. Ich nehme es wieder zurück. Greg ist down. Ich glaube, bei mir ist nach wie vor alles super ruhig. Weißt du, es ist halt das. Da kommen 5 Eder die Treppe runter und zwischen nur Rage und Flashdown. Ich bin gleich richtig weit gewandt. Wenn ich EATS, dann ist es richtig EATS. Tricky, ja genau. Tricky, ja genau. Ich bin gleich richtig weit gewandt. Wenn ich EATS, dann ist richtig EATS. Herrlich! Der Rage noch was. Du fliff in. Es ist uns und kloppt. Wasser Ja, ich kann Ja, ich kann Ja, es ist da Ich bin sicher, ich bin nicht Pfff Ich bin da Oh, Level 20, Gott sei Dank. Ich fahre, ich bin kein Feuerpark, ich bin wieder Level 20. Nein, bitte, du Nutenkinder, alle. Ich greife wieder im Kopf. Ido kommt und ich kann ihn blasen wieder auf mich ein. Ich war auf 30 AP unten. Jetzt ficken, Alter. Das weiß ich nicht. Wenn ich jetzt gestorben wäre, würde ich einfach gangen. Ohne Scheiße, da würde ich einfach all die fliehen. Ich hätte mich einfach aufgelöst. Mit Haas. Jetzt komm, Alter. Was? Ich habe zwei Schüsse der Ravencarts ab. Scheiße, nein. Ja, der Gegner ist normal, ich laufen muss. Aber lassen wir nachher noch zwei wählen. Bis du nicht schlafen geht. Ja, das ist meine letzte, ich wollte gerade sagen. Nach dem Match, ich habe mal ganz das, ich bin schon ziemlich müde mittlerweile. Die jetzt schon fennen, das ist gerade mal neun. Alle, ich bin, ich bin schon länger wach. 16, 15 Stunden, jetzt schon. Oder 16 Stunden bin ich durchgehend am Killing-Flash-Spielen. Du fragst mich, ob ich müde bin, weißt du? Ich bin ein richtiger Schiff. Ich fühle mich, als wäre ich ein Müllmann. Warum geht es da nicht hoch? Ich darf so dem, ich muss vor Ort sind, der, ich denke, er weiß, was er macht. Er hat auch keine Ahnung. Nein, ich habe es mit meiner Nase zugehalten, weil ich ja kälte. Dann laufe ich einfach rückwärts gegen den Aufzug. Weil die denken so, oh, ist der Abkürzung, ich schaue, was passiert. All done enough, thanks. Is everyone healthy? Gut. Unsealing. Puh. Oh. Ehm, die schweißen die da eigentlich am Rundenende wieder auf, oder? Nein, nein. Die Sets machen die ja auch. Okay, dann haben sie klar, das macht's. Oder eher. Äh, wenn ich nicht den Fuß reinschieße, dann kann ich den auch one-shotten auf den Kopf. Mach' schön los, hole das, drüben ist ne Weste. Oh, drüben. Was meinst du mit drüben? Da, wo der Medic steht, irgendwo. Wenn der Medic gesagt hat, bei ihm liegt ne Kevlar, dann wird's wohl bei ihm liegen, schätze ich mal. Ich hör' nicht, ich muss ihn lauter stellen. Ja, wär' vielleicht ne Idee, der ist so entspannt, dass er nicht laut redet, also. Mach' so'n Oli. Ja, alle Medics sind irgendwie so tief entspannt, die Leute. Alle auf Opium. Leute. Da kommen zwei Revision des Scrakes. Da kommen zwei Revision des Scrakes. Haha, da kommen ja recht nicht. Ruhe, Puls von 20, weißt. Wenn der Arzt den Puls ertastet, glaub' der ist tot. Hab' ich ein Wort, oder? Leute. Scrake. Clown. Haben wir fast nen Eindruck. ... ... ... ... ... ... Das ist einfach gar nichts zu tun. Oh! 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 Ich mach dazu! Oh Gott! Da kommt ein Rage und da ist kreg hoch. Achtung. Der ist durch. Er läuft einfach durch. Der ist down. Oh, Gott! Bis zum nächsten Mal. Husk. Oh Gott ey, fuck. Fuck, komm, das ist eine scheiß Salve. Ich habe hier einen Flashpound. Ei, ich warte auf meine Mama. Ich habe keine T-Geruhr mehr. Flashpound ist weg. Noch ein Quad da. Oh, ist es down. Drake noch? Ich glaube ich. Ja, da hinten in dem Nebel. Sofort kannst du kurz an der Tür weg. Ich brauche kurz. Die Tür ist offen. Er ist nicht down, er ist nicht down. Ich habe die erste Sadan. Ich habe die Klappe kurz ein bisschen Liebe gegeben. Jetzt bin ich rock'n. Mmmh. Danke. Fehler dürfte wieder unten sein, by the way. Ehm, ja. Ist wieder... Ehm... Warmflare. Ich bin untergeschossen. Hat sich jemand anderen an. Ich habe keine Ammonie mehr für den Scrag. Moment. Ah, ist schon. Ich kann jetzt zwei Schuss draufschießen, wenn ich... Weggeschnitzt. Irgendwie leckt's grad. Was hat das lautet? M4, HZ, 12 und äh... Double Spiral, oder? Jupp. So, was Zed's love. Broken Armor. Fix it. Ja, bitte vergeben. Fix that armor, it looks terrible. Need money? Here's money. I am rich man now. A wise investment, mate. Hold on, reloading. Braucht jemand jetzt noch? Ja, ich brauche noch 100. So, danke. Okay. Last chance. I have to power down the pod. Time's up. Go kill some Zed. Another chance for riches and glory. Jetzt kommt alles. Ich mach dich hier oben auf. Ich mach dich hier oben auf. Ich mach dich hier oben auf. Flashpawm bei mir. Flashpawm bei mir. Flashpawm. Flashpawm. Flashpawm bei uns. Flashpawm bei uns. Dann noch mehr auf Flashpawm. We're down. Water's here. Water's here. Oh, we're down. Genau so weit, we're down. Nevermind. Water, hinter uns, durch. We're down. We're down. We're down. Stretch against you Greg. Carey. He's down. He's down. Down. Noch einer. Was war da hinter mir schon wieder? Ach, die Crawler kommen doch da raus. Ja, da war eine ganze Crawler-Armee hinter dir. Ja, ja, ich hab's gemerkt. Ich hab extra eine Granate hingekommen. Ja, die kommt da unter dir. Geht ja raus. Hab ich nochmal Quarters? Jo, ich bin schon da. Down. Noch einer. Achtung, Scrake, Medic. Oh, der Hass! Nein! Oh, nein! Warte, der ist down. Ich hab aber keine Muni mehr. Da kommt jetzt Eder. Scheiße. Komm, Flashbound. Das ist Craig, right? Flashbound kommt. Ja. Auf jeden Fall. Innen. Ich hier ist offen. Craig ist noch viel down. Da sind zwei Flachs dazu. Wir müssen raus. So? Ja. Craig ist down. Er ist down. Flashbound siegt. Was? Muss noch einer sein, oder? Nee, einen hab ich down gemacht. Ja, dann... Dann können wir da raus. Lassen wir da hoch. Ich könnte noch Grappeln nennen. Irgendwie. Ich komm, ich komm. Wie lang? Ach so. Noch nicht. Nee, ich verschönern. Ja! Da, ich hab wieder nicht gewonnen, Muni. Da muss der Tür kommen, Crawler Oh, fuck me Oh, ich hab keine Moni mehr Das wird von der Moni immer knapp wie dieses Klapp. Dann müsst ihr mal versuchen, Dual Magnums, Dual Deagles und ne AF und dann nicht so viel upgraden. Weißt du wie mein? Dann geht's schon. Ich hab lieber die Upgrades, weil ich dann halt weiß, ich krieg die Viecher auch. Ja die kriegst du auch so down. Ja gut, da man flasht und den Flashback kriegst du ja ohne Upgrade. Subaru, kannst du noch ein bisschen sharen? Geht schon. Aber nicht mit einem Mech oder? Subaru, 507 brauchte ich noch. Ich hab 400. Dennis? Ja, ich bin schon unterwegs. Pass, 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 genug, genug. Oh nein. Oh Hans. Oh, hat die Uri. Uri Hansi. Oh, hat die Uri. Uri Hansi. Das Häntchen. Oh, der ist bei mir. Oh, und der wirft gleich schon Granaten, den wir machen. Ich werde das hier an र then. I shall feast on your, is this pain? Payloading. Defeat is inevitable. What's my battle? Pelod, Pelod. What now? Enough! Nein, da kommt nicht gewohnt Nice, sehr schön, ich zeige mich jetzt Er will mich, Faze Faze, okay Wo waren die T-Shirt? Oh, das war zu spät, oder? Back to Medic Danke für mich. Ich hab keine Munifu vor, also keine E-Wing zu genießen. Go is down. Links noch. Ich glaub wir wirfen danach. Pass auf. Ja, rot weg. Haha. Gott. Oh Gott. Greg auch noch bei, oh Gott. Wenn die O-Wing zu schweißen ist, dann geht's gar nicht. Fuck it. Ich glaub da ist so viel. Oh, hi. Hallo. 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 Not bad. Haha Guck... Wir sehen uns hier. Oh nein. Quatsch. Also ist jetzt schon wieder die Oden. Ja. Das machte nur noch wenn er kurz verschwindet ist. Mal weg, Mann! Oh nein! Achtung! Granat! Nein! Boah! Nice. Das war jetzt echt knapp. Ja, ja. Ich hab... das war so schnell. Du standst genau auf einer Granate drauf, als er gestorben ist. Ich weiß. Na fast Leute, ich kann jetzt mal trotzdem aufgeben. Ich auch. Alter, der die jetzt schon unterbrennen schmeißt, der Pisser. Naja, das ist die Runde ging eigentlich klar. Ja. Na ja. Na aber ich bin jetzt halt schon scheiß müde. Darum wir hören uns morgen wieder ein alter frischer Leute. Ja. Tschüss. Ciao. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Ja. 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 Ich bin jetzt mal da. Ja. Vielen Dank. Ich will auch mal raus, ne? Ciao. Macht sie jetzt noch weiter? Ja. User disconnected from your channel. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Und mehr da? Alle weg. Ach, jetzt spricht er auch mal. Na, warum sollte ich? Wird viel zu viel unnützes Zeug gelabert. Ja, man mal schon. Aber wenigstens gut, dass einer aufgepasst hat. Wie meinst du aufgepasst? Na, mit dem Geldsperren. Du hast ja genau drauf geachtet, wem du was gibst und wie viel. Ja, Testmedic. Ja, ja. Was musst du noch an Dailies machen? Äh, Support. Mehr nicht? Ne. Das ist ja übersichtlich. Das war jetzt Berserker und die Map. Ach, hier. Shopping-Spreet ein. Ne, die Map habe ich ja jetzt schon. Also das war jetzt zweimal in einer Map. Soll nur noch Support-Damage machen. Achso. Hm. Easy. XP. Passt. Sind ja alle abkaut. Ja, aber sind alle weg jetzt, ja. Keine Ahnung warum. Es ist halt so. Who needs a weapon? Deswegen jetzt auch mal Suicide 10 Runden. Das war ganz schillig. Deine Muni. Okay. Raus. Hä? Da. Oh. Hast du... Was hast du gemacht? Hast du... Und hast du FF wieder rein? Ne. Ich hab dich doch gerade gehittet. Nein. Das... Shootin' them is almost too easy. Dazu muss ich den Server runterfahren. Ja, weil gerade alles gechanged war. Deswegen wusste ich nicht. Dass mein Tor bekommt auch wieder von vorne. Hast du deine Energie. Ich werde dich töten, wenn ich dich verletze! Jetzt wird's voll man Das war doch noch nie so richtig mein Ding Ihr habt euch alle verteilt, ich bin ins Spiel reingekommen und habe einfach irgendeine Aufgabe übernommen, die noch gemacht werden muss So, fertig, dann brauche ich nicht gut sprechen Meiner Meinung nach Du oder ich zuerst Nee, ich gebe dir noch den Rest, immer noch eine Runde AR Okay, dann nehme ich mal Gleit DM4 Das war alles Ja, die hat jetzt nicht viel, ich weiß noch 39, kann man doch noch was grabbeln dann Na, jetzt nicht Später dann, ja okay Ja, kannst Kannst du mir wieder geben, die hast du gerade Können wir mal lieber so zwischendurch machen, mach Ich würde eh sagen, die Standardrunde, was die da unten schon würde machen Naja Demo By Berserker Firebug Also nicht wirklich ein paar Infos Über die Leute Ich kenn keinen, nö Nö, keine Infos über die Leute Nein Das ist etwas Coge Bei Berserker Isto O.sų Bei Berserker Bei Berserker Geç Bei Berserker Bei Berserker Feuer Die Viere Gw Die Warte, ich geh mal links vom Sunker, weil... Ach, sieh, kommt schon. Bei x2 Bug ist auch los, somit. Daunt bald leer. Komm, wir gehen mal. Ja. Wo? Weg. Haha, der imitiert noch nicht. Jetzt steht ein Hass mit ihm. Okay leer. Ich kann's grubeln, wenn du irgendwann so weit bist. Okay. Ja, sonst sollen wir den Medic Shotgun kaufen. Das ist... Musst du entscheiden für dich. Ich geh auf jeden Fall wieder auf die 500er denn. Ach so, okay, ja, dann... Dann kaufe ich mir jetzt nur ammo und du kriegst Geld. Oh, jetzt rennt der Lappen hier zwischen, sorry. Ja. Das hab ich dem Huni gegeben, glaube ich. Das reicht ja trotzdem nicht. Ich will die kaputt haben. Das ist der einzige Grund. Ich weiß... Ich weiß... Die schweißen die sowieso wieder auf. Das ist... Und ein Scharschwitzer, Level 6. Okay. Wow. Das ist gut. Das ist gut. Wir müssen nur die Lappen auf die 100er. Wir müssen kurz nach vorne gehen. Ja. Das ist gut. Das ist gut für mich. Ich bin ein Schuss für mich. Und das ist gut. Cloud, bist du unten? Ja, ich komm wieder hoch. Ja, da hämmert auch glaub ich was gegen die Tür. Boah, voll geschissen. Die Tür ist voll. Rai, Draus. Was, pass auf. Ja gut, du bist so durch. Ich komm schon durch, ja ja, ich warte hier nicht lange. Ja. 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 Ah! Komm, wir gehen zum Dreader! So, ich könnte noch mal Graveln? Ah, nö, 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 das braucht man nicht. Das geht eh nicht. Sobald hab ich nicht braucht die Runde. Ich hab voll gekauft, so. Wieso, Medic Pistolen oder sowas in der Richtung? Nö, hab ich nicht. Das kostet der Money hier! Oko, nimm Mut! Gut. Ach, nö! Ja, guck an. Aber nur vielleicht. Nur vielleicht. Hahaha. Naja, ich wollt's einfach nur mal ne Runde schmeißen. So much blood Kann der schon die Säge haben? Es gibt ja nicht, ja doch, es kann schon sein Ui, die Thrallies Hinter uns, ja wobei jetzt geht würde Willst du gleich durch, oder? Ja Boah Ja was ist denn da die ganze Zeit vor mir? Geh doch weg Wann der Zeit ist da ein Stalker zwischen mir und irgendwie Geh Böne Böne Oh, ein Scrake! Lass mal unrage und gucken was er machen. Ich hab ihn glaube schon fast weg. Da, ihr Hits auf den Kopf geben. Ne, er ist noch nicht weg. Ich bin ein Miracle-Worker. Feeding the Beast! Boom. Komm, sieh mich. Die Pod ist sicherlich öblich. Schön gemacht. Du weißt, wie zu leben. Ein guter Instinkt. Soll ich drebeln? Ja, kannst du. 30. Mal gucken, was da geht. Da geht sogar einiges. Ja, 20. Top. 20 zusätzlich. Äh, ich mach mal nur der Voll, oder? Ich hab noch 1100, wenn du brauchst. Ja, ne Doomstick könnt' ich mir leisten, ansonsten. Komm, musst du noch ein Stück herkommen. Geh doch! Jawohl. Danke. Nächste Runde dann nur für dich, die 500. Okay. Danke, 30. Missed my next 100. Let's am kriegen. Oh, Crawlis, Crawlis, Crawlis. Back, back. Oh, Crawlis, Crawlis. Back, back. Oh. Oh. Das hört nicht mehr auf, Claude. Komm, grad nicht zu dir. Ich bin wieder da. Break. 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 Warte, ja. Mach ich. Der ist fast down. Der ist fast down. Hab ich gleich. Hab ich gleich. Nice. Down. Oh. Genial. Okay, jetzt. Ich glaube, ich lauf nochmal. Ja, lauf runter. Ich glaube, ich lauf nochmal. Ja, lauf runter. Du, das macht keinen Vorwurf. Äh, da liegt ne M4. Vielleicht kannst du sogar. Bevor die droppt. Egal. Hey, das war halt. Verstehst? Die rennen anscheinend in zwei oder drei. Weil die da oben runterfallen. Jaja, weil die da oben von oben runterfallen. Und dann ist alles blockiert. Ja, glaub. Gefallt ist da nix. Es ist wieder am Eck gespawnt, die Scheiße. Und dann halt bitte Bloats. Warum müssen dann Bloats? Von mir kann ein Gorfin oder ein... ...n Ryzer sogar in der Tür spawnen. Aber doch kein Bloat immer. Und dann doch. Scheiße. Jetzt sind 1500 wieder für den Arsch. Ich mache meine Begriffe. Ihr Loaded. Höh, eh. In der Ecke liegt irgendwo. In der Ecke neben dem Krankenwagen. Vielleicht ist die Ecke. Schmerz. Tja. Tja. A BAAA. Tja. Es ist gut. Was war das? Reloading! Ach, ich komm zu dir. Ach, scheiße. Jetzt bist du da oben missbohrt. Geh gleich runter zum Trailer. Ja, lauf soll man dann eher jetzt rechts durchlaufen quasi. Weißt du wie ich mein, weil da kann ja glaub ich nicht... Naja, das kommt immer drauf an. Das spawnt an beiden Stellen immer was. Ich wegel das immer in Bruchteilen von Sekunden ab, wo ich da langlaufe. Ja, ich hab mir gedacht, da war frei. Ich guck einmal hin, da war frei. Dann hab ich einen Stalker hinter mir weggeknallt. Dreh mich um. Und dann war's schon so weit, weißt? Ja, wie viel hast denn du? Ich habe 1.000 Euro. Scheiße. Ist egal, dann machen wir nur so eine Runde. Amos! 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 Oh, ich glaube wir laufen besser Ich bin durch die Tür Rechtes Ammo Ich bin aus der Tür rausgekommen, steht ein Slasher da und greift mich ein Das gleiche, das gleiche hatte ich auch da Das ganz gleiche die letzte, und was hattest du das gar oder? Ja, die liegt auch da noch in der Tür Also ich bin nach hinten wirklich noch rausgekommen, obwohl mich der Blut voll gekotzt hat Ja, ich habe auch auf den Blut draufgehalten, aber von hinten, da trifft auch kein Kopf und nichts Genau, schießen da rein Alter, wenn jetzt der Medic die war Ugly place Bloody Watch my back! Reloading! Das war's Komm mal her, gib mir mal beide Waffen. Was mit der AR? Bekaufen. Ja, ja, ich brauch sie nicht. Es ging mir bloß ums Gräbbeln. Äh, wieviel, wo bist'n, wieviel hast'n? Ja, komm her. Steh auf dem, mal, ja. Ja, komm mal zurück. Ja, komm mal zurück. Das ist doch geil. Das passt doch. Hast du eine Medicpistole? Nee, noch nicht. Mach mal schnell und dann. Hol dir, hol dir noch. Oh. Ja. Hoppla. Hol dir noch den Rest Rüstung oder sowas. Mach mal, mach mal was draus. Hm. Amateurs. Oh, all this blood. Mir ging's grad genau so. Immer der Bloat da in der Tür, weißt? Time's up. Go kill some Zed. Ich bin noch von vorne herum und hab da drauf, aber den Gorf hin. Gorf ist da. Hab ich wegge... bekommen, aber... Bloat war zu viel. Ich glaub wir müssen einfach schneller durch, oder? Ja, du kannst hier an ganz wenigen Stellen nur noch stehen bleiben und ein bisschen kammern. Reloading. Du musst echt schon straight durch. Geht schon los. Warte, warte, wir müssen mit wo sie kommen. Geht schon los. dann kommt er nicht hoch anhitten möchte ich ah jetzt ist es schon weiter ja ich hitte nicht an gleich durch ich bin schon durchgeplaut ich bin draußen oh der raged schon ich mach den ja der raged oh ah knoppy ah ja er ist gleich so weit down oh 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 richtige oh 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 m4 du kannst noch oh grabeln du bist gestorben ach ja ja soviel müssten der m4 schon noch drin sein hier ist noch munition überall ja ja ich muss die m4 dran finden ja liegt wieder hoch ja gut reicht fast voll ach da ist wieder muni ja so much blood voll was 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 ich 1 Upload 1 Upload Flips in Flasch von oben Fenster, 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 komm Und dann gleich hinten hoch Die Rage sind hinten in mir schon Bleib mal hier im Fenster stehen Ja, die gehen beide vorbei Also ich geh hoch Spawn blockieren Ich bin jetzt oben Was für'n Hit Oh, down Laut Hüpfen mal an das Spritzchen oder irgendwas Ja, komm mal hoch, komm hoch Ja, bin down Der hat so ums Eck geleckt Gibt mir ein Hit und ich passt down, aber Alles gut Ich hab ihn nur weggeblickt, Kummer Okay Das wird's von der wir da stehen Okay New clip in New clip in Die stehen bleiben oder mal weiter Komm, komm Die laufen auch Ah Ja Dann sollten wir gleich durchrücken Dann sollten wir gleich durchrücken Der Spawn und Rage Komm, die dort Komm mal rechts runter, komm mal rechts zu mir Komm mal rechts Kann ich nicht Der kommt gleich, der hat mich gleich Der Sprake Komm Komm Fenster Ja, nice, danke für die Granate Die hat viel gebracht Weil vorne ist ja alles gekommen Ich bin wirklich Okay, das Sprake ist abgelenkt Aber der ist eh verstaut Oh, der kommt Ja Durch, durch, durch Hier Ich bin draußen Ich bin draußen Ui, komm mal User, join your channel Den ist Abend Abend Hallo Abend Moin Und seid ihr noch dabei? Ja Natürlich Stop whining! Be strong! Alle anderen schon gegangen, oder was? Ja Ja Oh, dieser Schirm Die ist auf der Map weg, der mich so auf Siehste, ich hab den schon nicht mehr hier liegen Ach, der liegt bei mir genau in der Tür drin Warte mal Weg Ja, jetzt hab ihn, jetzt hab ihn Guck, ich schieb ihn über den Hof Warte, hier hinten ist noch Ammo Ja, und ich grebel nochmal bei dir Also ich bräuchte vielleicht ein Upgrade bei der Doomstick, weil dann sind die Scrakes One-Shot Weil so viele Spiele Ja, gucken wir mal wie ich sie noch zusammenkriegen Ich hab auf der Scra auch noch kein Upgrade Achso Machen wir ihn da jetzt noch Was denn das? Lass mal zum Trailer Ja, jetzt endlich ist der Schirm weg, Alter Das weckt mich auf Wenn sie der in der Türe so rein keilt Weißt du, wie ich mein? Ja Da sind zwei Crawler unten, die siehst du, ne? Und die blocken dich dann aus dem Scheiß Bist du schon ready, Dennis? Äh, ja, ich werd ready Gut Ja, soll ich einen rauskicken? Ich bin angemeldet Ja, dann kick gleich mal den Sharpshooter hier raus Den Wie heißt der? Hügel Player oder sowas Player 529, oder? Ja Kick Go Oh, frei, komm Achso, wieder ein bisschen Survival zum auschillen Ja, ja, ja No more foolish mistakes Ah, du könntest, warte mal Du bist da unten gespawnt, oder? Ne, noch ist keiner gespawnt Ah, wegen der Waffe Was soll ich denn spielen am besten? Mal anragen und dann üben Das, was du möchtest Da ist egal, oder? Ja Level halt, hier würde ich was leveln Was machen die denn? Ja, die kriegen den Machen ganz, ganz entspannt den Scrake da auch noch weg Ich hab den jetzt gemacht No one died that time Merde eu Und pass auf, wem du was gibst hier Das ist echt Ja 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 Was ist noch? Geh mal als SWAT aus Was kauft man sich mit dem Schnelles? Chris und P90 oder UMP Ja Ja Auf jeden Fall die Chris Auf jeden Fall die Chris Chris oder Medic Den geht auch als SWAT Okay Je nachdem Aber versuchen wir P90 und Chris Den noch was kann der SWAT, der macht nur Trash, oder? Ja, eigentlich schon Trash und kann stunnen und die Dicken auch, aber dann brauchst du halt ein Magazin von der Da brauchst du mehr Magazin Mittlerweile Und Scrakes, Scrakes kannst du mit einer Chris machen Aber Flashpounds, da wirst du dich dumm und dem nicht Aber was, was für nachfassend nämlich welche Waffe her? Na die Chris gegen Dicke Weil die macht halt den meisten Schaden, äh, 5,5 Und am besten nur so gegen Crawler und so Ja Das ist schon Das ist auch nicht mein Favorit Aber Ja, ich hab zwei mal Achtung Flashpounds, Rage kommt Der ist weg, wie brauchen wir dich? Flapschill Wegen Stalker Danke Drake von der Seite, zwei Go, 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 krank war Oh, der war nicht trocken Einer weg Drei Scrakes, ganzes Oh, komm, drei Oh, hinter mir waren die ganzen Crawler Ja, auf der Map Warte, warte, ich mach den Oh, nee Der war sonst halt daneben Klaut, ich muss über die Ja, lauf, lauf Ich geh hinten durch Für die kommt von oben nix Ist auch blöd, dass du so spät reingejoint bist, aber na gut Ja, das ist nicht so sch... Ja, mei Ist halt so Chemicals burn Danke Na mach ne Hinter dir Mach ich Kannst nochmal mitnehmen Oh, die kommt von hier hinten Oh, scheiße, dann rennen die bestimmt vor Komm, 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 komm Komm Links hoch, links hoch Und über das Dach Ja Der hat den Scrake angerettet Ja, der Rage Ja, lass ihn nicht machen, der schon Und dann wieder zur Straße Go, go, go Durch die Tür Da war ne Siren drin, aber die hab ich Die nicht eher Stalker Rein raus Da kommt's, Craig Kackmann Weg Ah, die Doomstick ist schon geil Da kommt noch einer Warte, mach ich Oh, nee Jetzt schippst du sein Scheiß Ja Kommt Äh, ja 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 Da kommt viel Da kommt viel Lass ihn Lass ihn Lass ihn umlaufen Was hittet mich die ganze Zeit Aus Von and close Weg Weg Was ist denn hinter mir schon, das Ragen Rage, der Scheiße Erstaunt Wo kommt der her? Wo kommt der her? Ja, die bringen das hier alles mit Ja Die bringen das hier alles mit Ja Der Rage was größeres glaube ich Egal Lauf Könnte es machen Egal Nichts nach nachlaufen, macht mal Geh da So Der Flashporn Aber dem ist ja auch gegessen Ich brauch mal ne Tür zum zuschweißen Ja Sollen wir die mal, warte ich Ich droff die schnell Achso, du machst schon, okay Jo, alles gut Da sind zwei Rage in der Flashporn bei dir Ja, ich mach schon einen Einer weg Du siehst die Flashporn Oh, du schon mal Auch hier Ja, ich muss halt treffen Und dann kommt wieder alles Boah Icebreak weg Ja, los Lärm mit der der Flashporn auch weg Lärm mit der Deine Chris liegt auf jeden Fall am Krankenwagen Ja, ich lass mich auf jeden Fall Jetzt mach der eh wieder ganz Linger Ja, keine Ahnung Ich Wenn du den Spot gelevelt hast Ich möchte zuerst meinen ganz Linger üben Du bist ja schon 25, wenn da ein neues Beziehst du schon gut ist Ja, aber ich möchte den üben und nicht So Hol dir noch Hast du die Kusserbio? Hey, ich hab's jetzt mal nicht. Ja, hol die die noch. Ja, mach. Ja, schade, Dom. Aber zack, zack, zack jetzt. Ja, wenn schon. Ich weiß gar nicht, ob die noch da ist. Ja, natürlich liegt die da. Geh weg. Es ist zu spät. Oh, nee. Jetzt kann ich sie nicht mal aufheben. Oh, naja. Ich möchte erst mal mein ganzes Ding erüben. Keine Ahnung. Ja, das wirst du nicht, du weißt ja, aber wir funktionieren. Ja, aber wenn du die Spots bei Speed Level bist, du weißt, der kann schon reißen, auf 25, kann der vielleicht nicht schießen bei Zeitluke und ohne, also, ohne echte Zeit, also das ist schon geil, so wie der Firebug. Hier kommt uns Greg. Ja. Ja, mach ich. Ja, mach ich. Der Quarter Pounds von links. Go, 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 go. Alles voll, alles voll. Dann hier durch, durch den kleinen Gang, da, da. Komm mal mit, komm. Runter, runter, runter. Und dann an links. Folge dem Support oder Kommando. Gut stehen bleiben oder gleich weite? Ich geh schon mal runter. Ja, ich bleib noch kurz stehen. Es kommt ein Scrake unten, ja. Mach ich. Weg. Oh, geh doch weg. Ich bin oben. Ja, ich warte noch auf den ganzen Ding. Hier ist auch noch Munition. Ich hab noch. Von der Spons, bitte. Ich bin durch. Achte da drauf, wo du langläufst. Nicht da lang, nicht da lang hier hin. Jawohl. Gleich weiter. Du musst hier auf der Map echt viel laufen, weil Spons und alle sind vor uns. Okay. Ja, ich hab die bis jetzt noch gar nicht gespielt, glaube ich. Ja, musst du echt gerade auf Schäden haben, wie der Bloat durch irgendwelche durchgehen, Ja, das ist so ein Bullshit. Ich geh links lang, ich geh links durchs Haus. Ich geh aus. Scrake, Scrake, Scrake in der Tür. Achtung. Ja. Um da nicht zu sein. Ja, nicht zu. Oho. Scrake down. Ich muss wieder von her rausklauten. Ich bin draußen. Vielleicht kannst du gleich einen Flash bauen. Machst du den? Ja, ich hab noch keine gehabt. Den Deagle, ich weiß nicht, ob ich den kriege. Ist egal. Ich bin auch noch nicht. Ich bin wieder misslich hoch, aber hier alles voll stehen. Alles. Jawoll. Komm, wir gehen durch. Schlipsen. Ich hab hier nur Scrake, aber wir gehen nur weg. Komm, wir bleiben gleich hier. Kommt noch ein Scrake hier durch die Tür, guck mal. Jo. Ich hab nur noch die AF. Schrake. Der stirbt halt einfach nicht. Unabgegradet sind ja durch dich. Jetzt kann einer die Vector vielleicht mitnehmen. Ich bin nicht für despawned. Nee, ich hab die gerade noch mal redroppt. Ah, okay. Ja, dann kann ich es nicht mehr. Ich hab die während der Runde sogar noch mal redroppt. Ich hätte noch 1000 geklaut. Ja. Dann mach ich ab. Gut reicht. Der Rest, wo ist der? Okanemochi. Money here. Oh. I share my money. Ja, gleich hier hinten aufs Dach. Da liegt ne AF noch rum. Ja, ja, die hab ich weggeschmissen. Fangen können. Ok. Äh, ist... Achso, ist Postrunde, oder? Ja. Ja. Ja, ich hab jetzt nicht so viel. Aber nee. Na ja, mach irgendeinen Support, oder? Ja, kannst ja grappeln. So, wenn einer von den Randoms stirbt, rausschmeißen. Hä. Äh. Warte ich. Oh. Jetzt hab ich gerade auf dem Desktop geguckt. Uh. Wecky. Der steht schon hier. Direkt. Der steht schon hier. Ah, der ist unten reingelaufen. Schade. Also, wie lang. Das ist ein Blödsinn. Ich bin ein Blödsinn. Oh, was ich hatte? Ich bin zu dir? Ja, ich bin zu dir. Warte. Oh, f***. Du hast eine Mitfehl. Oh nice Ja, geht. Interessant. Da haben die doch gut gespielt. Hat mich doch etwas überrascht. Der eine Verserke ist ja auch schon prestig. Ja. Brauchst du noch irgendwelche Dailies? Ich nicht. Wollen wir Endless machen? Mir ist das egal. Wenn wir Endless machen, dann kann ich... Was kann ich da? Leveln. Ja, ich überleg grad, was ich da leveln will. Ja, ich mach mal den Swat. Glaubt welche Map auf Endless? Tja. Warte mal, ich kann hier mal ziehen. Aus meiner Box raus. Katakombs. Katakombs. Ja. Boah, das ist vereckelhaft auf Endless. Ja, gut. Was hab ich denn als zweite Wahl? Nee, das passt nicht. Wenn du jetzt Nightmare sagst, dann disconnect. Nee, Nightmare find ich gar nicht so schlimm. Ich find ich Powercore schlimmer. Oder Black Forest. Echt? Okay. Ich mag Nightmare nicht so. Was haben wir jetzt? Katakombs. Katakombs. Kann sein, dass er jetzt auch rausfliegt. Was ich jetzt glaub ich zwischendurch gewechselt habe. Endless. Suizidal. Monsterball. Okay, welche Map jetzt? Schaut. Ich lade gerade noch Ewigkeiten. Naja, passt doch dann. Es ist Monsterball. Ja. Bis es dir so passt, das hat er jetzt aus Versehen so gemacht. Ja, aber dann würde ich ohne Randoms machen, oder? Ja. Können wir doch rausschmeißen. Ja, okay. Macht ein bisschen mehr. Vielleicht ein XP. Äh. Würde. Weiß nicht, bringt es. Was bringt es? Entweder hätte ich meinen Firebug genullt würde. Und da angefangen. Na, das hättest du jetzt auf Katakombs machen können. Ja, hier doch auch. Die Treppen zum Beispiel. Ja, das geht auch. Aber ohne Medic ist halt... Ja, ich weiß noch. Ja, wenn ich diesen Fru-Notter habe, würde das ja gehen. Aber das dauerte halt, weißt. Könnte ich immer mal einen runter droppen. Ja, gut. Die ersten paar Runden. Ja, aber dann gehe ich noch mal raus auf den Desktop. Äh. 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 Ne Desktop. Home-Minute. Mach ich mal den Firebug mit der Prestige. Ja, ich geh mal ganz kurz Pipi machen in der Zeit. Ja, ich bin dann auch kurz weg. Also so für zwei Minuten, drei Minuten. Alles klar. Geh ich auch kurz weg. Geh. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.